Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um die Tiger & Dragon XXL Multi-Effekt-Batterie, Multi-Effekt-Fächer-Batterie aus dem Lidl von Lyco Feuerwehr. Ja, hierbei handelt es sich um die umgelabelte Lyco Feuerwehr Gocha. Sie hat 21 Schuss, eine Brenndauer von 30 Sekunden und eine Effektur von 45 Metern. Ja, so sieht es so aus. Sie hat eine NEM von circa 306 Gramm und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Test dieser Batterie. Bis gleich. Ja, so sieht es so aus. Bis gleich.